Wir schauen jetzt, gehen wir zum Highlight. Jetzt kommt die Düfte, die du dir gewünscht hast. Mit welchem sollen wir denn anfangen? Mit Eros. Mit Eros? Ja. Okay. Und zwar, Versace Eros. Kaufen oder nicht? Da gehen wir rein. Versace Eros, da hat meine Schwester sogar eine kleine Flasche gekauft, Gott sei Dank. Collector Sportscar ist auch mit dabei. Guten Abend. Das ist hier die Frage. Ich habe hier beide Versionen und mittlerweile glaube ich leider, dass die Eau de Toilette Version reformuliert ist. Das hier ist die Eau de Parfum Version. Ich habe die jetzt zweimal getestet und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die hier reformuliert ist. Ich hatte in Deutschland immer noch so eine alte Oldschool Flasche und immer haben mich Leute gefragt, hey, ist Versace Eros reformuliert? Hält ja nicht mehr so lang? Also meiner hält gut. Aber komischerweise stellte ich jetzt in zwei Tests vor, fest, sehr geehrte Zuschauer, dass das Eau de Toilette, also mein bisheriger Favorite, kürzer hält als das Eau de Parfum. Und aus diesem Grund würde ich sagen, du kaufst dir besser das Eau de Parfum, wenn überhaupt. Und ansonsten, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, holst dir ein Stronger With You von Armani. Aber sogar da. Ich weiß nicht, ob auch der nicht reformuliert ist. Also meine Empfehlung für Versace Eros könnte jetzt hiermit beendet sein. Und das wollte ich dir noch mitteilen. Mann, fühle ich mich wieder geil, Alter. Boah, fühle ich mich wieder geil, Leute. Ich fühle mich so geil. Ja, das tun wir natürlich auch. Also ich fühle mich sensationell. Fühlst du dich auch gut? Ich würde jetzt nicht die Wortwahl nehmen, aber ich fühle mich sehr gut und das muss man auch manchmal einfach aussprechen. Wir haben jetzt hier Versace Eros reformuliert. Von vor jetzt oder? Das ist Eau de Toilette. Eau de Toilette. Ich muss sagen, die Flasche ist schön. Schöne Farbe auch von der Flasche. Dieses Türkis Blau ist schön. Auch hier diese Ausprägung vorne mit der Medusa drauf. Also wenn du jetzt den, also unabhängig vom Gericht, aber der hat schon mehr Tiefe, mehr Ausstrahlung, mehr, hat einfach mehr gegenüber den anderen Silber da hatten. Also es bleibt jetzt natürlich immer so ein Designer-Gebräu, aber also ist schon, also ich finde den, also ich würde jetzt immer, wenn ich jetzt da jetzt reingreifen müsste, dann würde ich bis jetzt, was wir bis jetzt hatten, es kommt nur was, weil ich sie wahrscheinlich nehmen würde, aber lass mal dahinter sagen, würde ich den nehmen. Also ich finde das, also... Findest du interessant? Ja. Findest du interessant? Also für mich ist sowieso Versace die Marke, die so in dem Bereich eine ganz gute Kollektion hat. Die haben also viele Düfte, die eigentlich gut sind. Also es ist nicht so einer, der da raussticht, aber die haben viele Düfte, die eigentlich ganz gut sind. Okay. Also wenn man so blind greifen würde, glaube ich, dass man bei Versace eher was findet, was den anderen eher. Ja, ich weiß, den anderen habe ich da, aber wir machen, bevor wir uns das letzte Video anschauen, einen Duft, den habe ich auch fürs Badezimmer geholt. Ja. Und zwar, ich mag ihn. Egoist, ich auch. Ich mag ihn. Also Chanel Egoist, ist ein Duft, first release, war 70er Jahre, glaube ich. Ich habe den jahrelang getragen. Ja, jahrelang hast du ihn getragen? Ja, jahrelang. Ich weiß nicht warum, aber nach wie vor, auch heute noch so die DNA. Jahrelang habe ich den getragen, ja. Chanel Egoist, nach wie vor. Ja, ja. Damals war man schon. Ja, ja. Hat schon was, ne? Ja. Der ist einfach, der ist toll, ja. Guter Duft, ne? Und ich glaube, heute kauft den keiner mehr. Nicht mehr viel, nein. Es ist halt einfach, der ist zu lange auf dem Markt. Das ist das Problem. Seit den 70ern. Lange auf dem Markt und dann die Leute irgendwie sagen, ja, ist alles Zeug und die riechen gar nicht mehr. Und die Leute, die den halt so immer dauerhaft gekauft haben, sind jetzt weder gestorben oder haben irgendwann mal was anderes gekauft. Also, das ist halt. Ja. Also, aber es ist ein toller Duft. Toller Duft, ne? Von Egoist, würde ich sagen, finde ich auch. Sehr ausgefallen auch, also. Ausgefallener Duft, ja. Von der Dings. Jetzt kommen wir zum Cool Water. Jetzt kommen wir zum Cool Water. Das sich niemand erklären konnte. Wie? Diese Geschichte ab. Wie jemand. Meine Schwester, Cool Water Intense, gab es noch eine größere Flasche? Ja, gibt es wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt hier Cool Water Intense. Das ist nochmal die starke Variante. Ja. Also, das Cool Water konnte sich niemand erklären, wie ein Zigarrenhändler aus Genf mit einem kleinen Laden über die Bafon so berühmt werden kann. Also, und daran hat man gesehen, dass eigentlich der Name relativ uninteressant ist. Es kommt darauf an, wie das Marketing funktioniert, wie der Duft ist und so weiter und so fort. Weil es hat keiner gekauft, weil es eben Davidoff drauf stand. Das ist kein Ronaldo. Ah, das meinst du. Ja. Genau. Das ist also nicht jemand, der durch den Namen oder Versace oder Chanel oder sowas durch den Namen bezieht. Sondern damals? Davidoff, was ist das? Ja, es ist immer, also ich finde immer noch, ist ein Klassiker in der Art. Kann man natürlich absolut nehmen. Kann man kaufen. Kann man kaufen. Kann man kaufen. Kann man tragen. Man ist natürlich jetzt nicht... Man ist nicht einzigartig. Man sollte nicht sagen, dass man Cool Water trägt. Aber kann man tragen. Kann man tragen. Ja, ist schon. Immer noch. Definitiv. So, dann haben wir noch hier, haben wir noch einen und zwar La Nuit de Lomme. Ja, das ist wahrscheinlich mein Liebling da. Nein. Ja, ja. Das ist dein Liebling? Ja, da muss jetzt noch was passieren. Ja, ja. Da muss aber jetzt wirklich was passieren. Ja. Wenn du sagst, da... Also wenn ich jetzt einen Designerduft kaufen würde und... Also ich würde einen Egoist kaufen, weil ich sage, den habe ich doch früher immer getragen und so, würde ich den kaufen. Ist ein sehr guter Duft. Ist nicht schlecht, ja. Ist okay. Ist okay. Kann man machen. Also... Flasche und so gefällt mir jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Aber... Aber der Luft ist okay. Frisch auch. Aber der hat doch keine Haltbarkeit. Nein. Aber es erwartet ja auch niemand. Also das... Also ich sage, die Leute erwarten das schon, aber... Die erwarten niemand. Ja, aber... Aber die... Wenn jemand in der Klasse kauft und es benutzt, dann ist es eben so, ist er das gewohnt. Wenn jemand dann anfängt mit Nischenmarkten und deren Haltbarkeit und deren Performance kennenlernen und dann das vergleicht, dann tragt er das natürlich nicht mehr. Okay. Aber solange du in dem Bereich bist und es vergleicht mit den anderen, die wir jetzt alle probiert haben, das sticht der ja nicht ab. Ne, das stimmt. Also deswegen... Sie sind alle auf einem Level plus minus. Ja. Würde ich sagen. Gehen wir in das letzte rein und zwar Versace Dylan Blue. Hat oft Platz gefunden. Bei Jeremy auch. Ja. Ist auch ein älterer Duft. Ja. Wir hören rein. Ist glaube ich auch einer der erfolgreichsten. Okay. Before you buy Versace Dylan Blue, first thing you should know, it's not original. This is a not original fragrance. It's a mix of the Dior Sauvage. It's a mix of the Acqua di Gio Profumo. It's nothing unique. So, keep in mind, it's not a unique fragrance. Second thing you should know, it's a fantastic price-value proposition. Yes, it's not unique, but it gets you a lot of compliments. And it is long-lasting. And it is cheap. And it is versatile. You can wear it everywhere, anytime, any season. It's a great price-value proposition. Third thing you should know, as I just told you, very versatile fragrance. You can wear it everywhere, anytime. This is perfect for everybody that is looking for that one Swiss Army knife type of a fragrance. You want to wear one fragrance for everything. And ladies and gentlemen, this is the right one. This is the right one. Absolutely. I have to give him, I believe, this is the right one. This is the right one. I have to say, it's not a wrong one. If we end this conversation, then I buy it. Yes? Yes. 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 Things you should deserve to get there. If someone gets a bit of anything else, we go with them. Yes. Then someone says to me, yeah, of course. Yes, of course. But of course it's the right one. But yes. So if I would choose the right one, I would choose the right one. Yes, but yes. It would be a'SAND. Yeah. It would be the right one for me. One too. If anybody wants to choose the right one, and a bit of play it, I guess this is one is SO THA for One size is the Peter and the other one, and the blonde's Shannel and the other one versus Chanel and the two of Eva. Ich wüsste und Yves Saint Laurent, Lanoui, Lohm und Damian Oluf.